Und in Berlin begrüße ich jetzt meinen Kollegen Gerd Joachim von Valois. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wenn die Agenturmeldungen zutreffen, dann gibt es eine interessante Nachbesetzung im Amt der Bundesverteidigungsministerin. Ja, so ist es. Ich habe ja schon seit zwei Tagen kommentiert, dass Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel beide darin übereinstimmen, dass eine Frau jedenfalls im Kabinett auftauchen muss, wenn eine Frau geht, also dass gleich viele Frauen erhalten bleiben. Und da haben wir immer überlegt, wer könnte da Verteidigungsministerin werden. Und wir gingen von einer falschen Prämisse aus. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, hat nämlich immer betont, dass sie nicht in ein Kabinett von Angela Merkel eintreten will. Aber offensichtlich wurde sie umgestimmt und zwar von Angela Merkel. Nach unseren Recherchen ist es so gelaufen, dass diese beiden Frauen schon seit Tagen darüber diskutiert haben und dass sie dann die Entscheidung getroffen haben, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die neue Verteidigungsministerin werden soll. Man wollte das aber heute noch nicht publik machen, sondern erst morgen. Heute ist der Tag von Ursula von der Leyen. Aber nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer heute Abend in einem Tagesthemeninterview um 21 Uhr damit konfrontiert wurde, dass zahlreiche Medien bereits meldeten, dass Jens Spahn diesen Posten bekommen sollte, da hat sie wohl die Reißleine gezogen und hat das Ganze durchgestochen. Es ist heute nicht der Tag von Annegret Kramp-Karrenbauer oder von Ursula von der Leyen, sondern von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat es geschafft, innerhalb von zwei Stunden zwei ihrer engsten Vertrauten auf extrem wichtige Positionen zu besetzen. Welche Überlegung könnte denn hinter dieser überraschenden Wendung stehen? Soll das ein Neustart sein für Annegret Kramp-Karrenbauer? Sicherlich auch und Angela Merkel wird sie davon überzeugt haben, dass jetzt in der neuen Konstellation mit Ursula von der Leyen, mit dem Willen von Herrn Macron und ihr selber, in Europa noch einiges gestaltet werden muss. Soll heißen, Angela Merkel hat ihr nochmal klargemacht, ich will diese Legislaturperiode zu Ende machen, davon gehe ich zumindest aus. Und Annegret Kramp-Karrenbauer wurde ja von allen Seiten bereits bedrängt. Sie gehöre als CDU-Vorsitzende natürlich in das wichtigste Gremium, nämlich in das Bundeskabinett. Sie hat einen weiteren Vorteil dadurch, sie fällt mehr auf, sie kann nämlich im Deutschen Bundestag reden. Und daran hat es ja so ein bisschen gehapert, nach eigenen Stockfehlern war es ja so, dass Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rolle als CDU-Parteivorsitzende so ein bisschen untergegangen ist in der Allgemeinheit. Und diesen Vorteil wird sie jetzt haben, dass sie sowohl im Zentrum der Macht sitzt, wie aber auch zu Wort kommen wird. Ja, reden wir noch über die Folgen der Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidenten. Welche Auswirkungen hat das auf die Stabilität der Koalition in Berlin? Eigentlich keine. Die Union ist zufrieden, so wie es ausgegangen ist. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende und auch Annegret Kramp-Karrenbauer haben die SPD ermahnt, haben sich darüber erregt, wie die SPD und auch die Grünen hier die deutsche Kandidatin behandelt haben. Aber das wird schon morgen vergessen sein. Und im Moment gibt es keinen in der Union und wohl auch kaum jemanden in der SPD, der in diesen Tagen diese Koalition beenden will. Es gibt ja bald die Landtagswahlen in Ostdeutschland und die SPD muss auch erst mal eine ordentliche Führung wieder aufstellen. Also die große Koalition hat lange gebraucht, um zusammenzufinden. Jetzt ist sie eine kleine Koalition, aber so schnell trennt man sich dann auch nicht. Wie will die SPD denn ihren Wählern erklären, dass sie eine überzeugte Europäerin, eine deutsche und dazu noch zum ersten Mal eine Frau nicht zur Kommissionspräsidentin gewählt haben? Nun, die 16 Abgeordneten der SPD im Europaparlament argumentieren ja seit der Berufung von Frau von der Leyen ja ganz stringent. Sie sagen, sie war keine Spitzenkandidatin. Wir haben uns immer für das Spitzenkandidatenprinzip eingesetzt. Und sie sagen, das geht also nicht. Und sie haben die Staats- und Regierungschefs quasi herausfordern wollen, indem sie diese Frau ablehnen. Dann wäre der Ball zurückgespielt worden zum Rat und dann hätte der einen neuen Vorschlag vorlegen müssen. Nun haben sie verloren, wenn auch knapp. Und nun wird es an der Zeit sein, dass die SPD diese Kröte herunterschluckt und weiter nach vorne schaut. Denn genug zu tun gibt es in dieser Partei ja wahrlich. Herzlichen Dank und schönen Abend.